Stürmer-Faul durch Team Nummer 2 von den Rosser-KHC. Applaus Und verworfen von Maike. Applaus 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 Und ein Gegentor durch die Nummer 17 des Rosser-KHCs. Applaus 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 Und ein Superball-Gewinn von Maike. Oh, über das Tor. Und ein Superball-Gewinn. Und Wiebke Hetsch. Und ein Super-Tor von Ines. Und Spitze gehalten von Bibi. Nach 16 Minuten steht es 22 zu 9 für Grün-Weiß. Und 9 Meter für den Rostocker. Grazie. Und ein Superball-Gewinn von Maike. 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 Und der 7 Meter führt auch leider zum Tor-Erfolg. Und jetzt eine Auszeit genommen von Herr Stolz, dem Trainer der grün-weißen Mädels. Und ein Superball-Gewinn von Maike. 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 Die grün-weißen Mädels in Unterzahn. Und übertreten von Lulu. Und ein Ballgewinn der grünen-weißen. Und gehalten von der Nummer 96 des Rostockers.